So, jetzt sind wir hier im Weißen Saal in Urlau. Schauen wir mal die Ausstellung an. Ja, der Kutter. J-Klasse Boot. Ja, die Kiel-Klassik. Da kommt Juter. Ja, und der Schlepper, Svarte See von 1933. Und der Cabrio-Computer. Ja, und der Schlepper. Ja, der Computer, wunderschön, gebaut von Robbe Berking in Flensburg. Die Kiel-Klassik. Ein wunderschönes Ambiente mit den vielen Büchern hier. Zum Teil über 100 Jahre alte Bücher. Und als einziges Sägemodell der Kutter. Ja, und der Schlepper. Ja, das war's, den Klötzl.